Hier steht irgendwer. Da steht wer. Da steht wer. Ach so. Wir haben noch einen Berg, der runter geht. Das dürfte wahrscheinlich auch nochmal ein Problem werden. Die zwei vor dem Silo, das sind Kollegen von mir. Jetzt weiß ich nicht, warum der eine da so langsam macht. Ich habe keinen blassen Dunst. So, kleines Update. Wir zockeln hier mit knappen 30. Durch die verschneite Landschaft. Wir kommen jetzt in eine Ortschaft. Und danach kommt nochmal so ein kleines Gestaltstück. Und der hat hier völlig die Pfanne heiß. Ja, was ein paar Meter ausmachen. Also jetzt da hinten, wo da hinten da, geht es bergrunter. Und wie es aussieht, läuft es. Ich glaube, ich kann so ganz, ganz vorsichtig eine Warnung geben. Ankunft Nordheim, 2.04 Uhr. Wir haben jetzt eine Stunde Verspätung eingehandelt. Na ja, gut. So, Freunde. Ich habe die Autobahn erreicht. Ich denke mal, jetzt wird nichts mehr schief gehen. Hoffe ich mal. Von daher verabschiede ich mich aus dem Chaos Vlog. Oh, die ist ein bisschen glatt. Autobahn. Ein bisschen weiß. Ich kämpfe für die letzten 50 Minuten nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ich kann hier keine Warnung geben. Mein Gott. Was ist hier los? Ich will doch nur nach Hause. Nur auf zwei Fahrstreifen. Also hier, die beiden Reifenspuren frei. Mehr nicht. Vorne werden sie auch immer langsamer. Belastend. Obwohl, hier wird es ja weniger. Naja. Das gibt es doch gar nicht. Och, Mann. Was ist denn jetzt hier los, ey? Ich will ja nein. Jetzt habe ich den Schnee überwunden. Alle Berge gemeistert. Die Autobahn tropfen. Es ist nicht mehr am Regnen. Wir stehen. Der Giga-Liner ist in der Mitte. Ja, das macht Sinn. Also diese Nacht ist wirklich nicht schön. Jetzt geht es hier voran. Schalte. Dritten Gang hier. Ja, weil unten im Tal fahren sie es. Ich glaube, es ist nur der Schwertransport, der uns hier so auffällt. Und das Gelblicht, aber wie ich es erkennen kann ich nichts. Aber nach dem Blitz her läuft hier alles. Mysteriös. Ah, ne. Da ist wirklich Blaulicht da unten. Sehe ich glaube ich gerade. Ja, das Blaulicht. Unfall. Ja, steht einer da in der Linksspur. Na, kann nicht. Kann auch so LKW. Na, was ist das? Die LKW-Fahrer trauen sich halt nicht in die mittlere Spur, wie ein Blitzer, ne? Kumpel. Natürlich. So, Glatze, Gumpel. So, jetzt aber. Wehe, es kommt noch ein Hindernis, ein Staub, eine Schneeflocke, dann platzt der Akkos hier, das war ich hier. So, gerade raus. Junge, 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 ist schon wieder hier das große Räum angesagt. Ich bin auf dem Hof, in der Firma, und die soll jetzt mein LKW stehen lassen, fahre dann mit einem Kollegen mit nach Frankfurt zu Mercedes, hole da eine Kippermaschine, die war da zur Werkstatt, äh, zur Reparatur, fahre dann mit dem LKW solo nach Dietzenbach, hole da einen Auflieger, hier für die Firma, äh, und dann tausche ich wieder, weil wir kriegen, also ich gebe den MP3 ab, ich kriege einen, ich weiß das noch nicht genau, aber das Nummernschild klingt nach, äh, New Actors. Ich würde sagen, wir sehen uns, äh, in Frankfurt. Ich mache da drinnen eine Anmeldung, weil hier ist der LKW, den ich wollen soll, äh, den wollen sie mir aber nicht geben. Und zwar, weil, verständlich, wollen Ausweis. In Borgjacke zählt er denen nicht. Ich tue jetzt mal ein Pouponet. So, jetzt haben wir es. Dann gehen wir ja nochmal rein. Jeder Gang macht schlank. Auf geht's. So. Drinnen sind wir. In dem kleinen Ding. Mal fix die Kamera hier so, auf Krampf. Mal schnell die Fahrer gerade da rein knerpeln. Und dann, äh, ja, Luft pumpen. Ja, gut, da hat keine Luft. Tja, New Actors. Gigi, gigi. Nachtrag, ja, Pause. Ja, 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 hier, 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 hier. Auf eine gültige Karte. Lass. Ich soll nicht. Wurlulululul. Wurlululul. Was ist denn denn los? Klingt jetzt heile. So. Folgendes. Ich werde den hier einrollen. Deswegen meine ganze Tasche und Kamera Ausrüstung. Da ist man drinne. Handschuhe brauche ich, weg raufsatteln und äh, und äh, ja, das war's, Handschuhe brauchen wir. So, ähm, nächster Halb Dietzenbach. Ja, heute ist mal wieder so ein Special Day. Okay, ich bin jetzt hier kurz vor Dietzenbach und irgendwie geht hier nichts mehr voran. Da vorne könnt ihr eventuell erahnen, da blinkt's blau. Wahrscheinlich ein Unfall. Aber mein Vorteil, mein riesen Vorteil gegenüber dem Kollegen vor mir, ich bin Solo. Also ich kann hier, falls es nicht mehr weitergeht, auch noch drehen. Ich glaube, das wird darauf auch hinauslaufen. Können, hm, 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 hm. Da. Mein Gott. Tja, dreh ich. Dreh ich nicht. So, wenn wir mal aussteigen, mal gucken, was da los ist. Sack, ja. Ah, das Feuerwehr, da gehen wir mal fragen. Unfall, ungefähr eine Stunde, sagt er, der Feuerwehrmann, also zum Glück bin ich solo. Das strahlt mich so schön an, diese große goldene Möwe da oben. Da muss ich mir mal kurz was holen. Hapa, Hapa. So. Die Marschstofflegung geholt. Und jetzt suchen wir nochmal schnell mal einen Aufleger. Der soll hier irgendwo stehen. Irgendwo ist gut, weil alles Auflieger von uns. Die Suche, den 31,45. Kühler ist es nicht. Der ist leer. Das ist ein SG. Ja, nochmal Pommes nehmen. Da ist er. Da. 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 Einmal umgedrehen hier. Oh. Oh. Ist da was? Nein. Geil. So, anhängen. Wir sehen uns auf dem Hof. So, jetzt suchen wir meine neue Maschine. Äh, was ist neue Maschine? Die Maschine, die ich übernehmen soll. Es ist ein New Actors. Geil. Das ist doch ein roter. Ähm. Wir sehen alle B.O. auf dem Kennzeichen. Was soll das? Ich suche F.V. Oh, hier. Aber die haben alle Gardinen zu. Die pennen alle. Ne. B.O. Da ist mein Alter. Ja. Wo ist der? Na, wir haben noch zwei Reihen. Jo. Jo. Was haben wir hier? FV 1846. Einmal drehen. Da steht er. Und wieder umräumen. Da. Geradezu. So. Dann können wir uns mal hier neben stellen. Und umräumen. Ich melde mich im Neuner, glaube ich. Ich melde mich im Neuner, glaube ich.